Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jahrelang ist der Konsum zurückgegangen, jetzt nimmt er wieder leicht zu. Offenbar sind Sie und viele andere Zuschauer auf den Geschmack gekommen und essen wieder vermehrt Herdöpfel. Tatsächlich hat die vielseitige Knollen einiges zu bieten. Aus der Sicht der Ernährungswissenschaft zählen Herdöpfel zu den wichtigsten und wertvollsten Nahrungsmitteln, weil sie wichtige Stoffe in idealer Zusammensetzung enthalten. Unter anderem Kohlenhydrat in Form von Stärke, Vitamin C, die einen guten Teil des Tagesbedarfs abdeckt, und Eiweiss. Vermeintliche Dickmacher sind Herdöpfel aber ganz sicher nicht. Sie bestehen nämlich zu rund drei Viertel aus Wasser und 100 Gramm liefern nur gerade 80 Kalorien. Nach wie vor die beliebtesten Sorte in unserem Land sind die Herdöpfel, die man möglichst vielseitig zubereiten und für alles brauchen kann, wie die unverwüstlichen Bindtien. Unsere Schweizer Bauern beliefern uns aber auch mit vielen neuen Züchtungen, die den verschiedensten Ansprüchen gerecht werden. Je nach Vorliebe und Verwendungszweck haben sie darum bei uns das ganze Jahr durch die Wahl zwischen den verschiedenen Sorten. Jetzt gerade sind das die Charlotte, die Urgenta und die Bindtien. Ganz frisch in den Läden kommen sie jetzt die Agria rüber. Seit ein paar Wochen haben die Herdöpfel bei GOB übrigens ein neues Kleid bekommen. Mit verschiedenen Farben, damit man die einzelnen Sorten besser unterscheiden kann. Sie sehen jetzt auch sofort, für welche Gerichte sich welche Sorten am besten eignen. Die neue Verpackung hat aber noch einen weiteren Grund. Im Licht werden die Herdöpfel nämlich grün. Es bildet sich Solanin, ein Stoff, den man gar nicht gerne hat in den Lebensmitteln. Und vor dem sind unsere Herdöpfel eben gut geschützt. Die Rückseite ist aber transparent und sie können sich weiterhin von der Qualität selber überzeugen. Viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich bereits schon überzeugt von der Qualität der GOB Naturaplan Produkte aus biologischem Anbau und aus Freilandhaltung. Gemäss einer Umfrage kaufen nämlich mehr als 40% der Konsumenten mindestens einmal in der Woche Lebensmittel aus umweltgerechter Produktion oder aus tiergerechter Haltung ein. Neu unter dem GOB Naturaplan Label gibt es seit kurzem auch Anken. Ein reines Schweizer Naturprodukt, hergestellt aus Biomilch und – wie es sich für so ein Produkt gehört – nicht in Alu verpackt. Natürlich garantiert auch beim neuen GOB Naturaplan Anken den VSBLO mit der Knospen für die biologische Herkunft. Und dass Herdöpfel und Anken sehr gut zusammenpassen, weiss natürlich auch Armin Amrein. Er stellt uns wieder ein Rezept aus seinem Repertoire vor. Richtig, und zwar habe ich die Schwelte gemacht. Einen Deckel abgeschnitten und die Herdöpfel zu zwei Drittel ausgehöhlt. Ich zeige Ihnen gerne nochmal, wie das am besten geht. Die Speckwürfel habe ich schon in einer Pfanne herausgebraten. Gut abgetropft. Tomaten geschält, entkernt und in Würfel geschnitten. Jetzt die ausgehöhlten Herdöpfel noch heiss durch eine Presse drücken und mit einem erwärnten Anken glatt rühren. Rahm, den Speck und die Tomatenwürfel alle drunter mischen und mit Salz abschmecken. Die Herdöpfel mit dem Püree füllen und in eine feuerfeste Form setzen. Butterflocken darauf verteilen und bei Oberhitze etwa eine Viertelstunde backen, bis die Herdöpfelmasse hellbraun ist. Auch das Rezept können Sie ab sofort nachschauen, auf der Teletextseite 555 und auf dem Internet. Probieren Sie es doch einmal aus. Sie werden sehen, es lohnt sich. Kennen Sie ein herrlich erfrischendes Produkt, das gerade noch die natürlichen Abwehrkräfte verstärkt? Nestle Hirz hat die Lösung. Die Natur hat Schutzsysteme erfunden. Das des Menschen ist durch heutige Lebensweisen oft geschwächt. Um es zu stärken, hat Nestle Hirz LC1 entwickelt. LC1 mit dem einzigartigen Milchferment, das unsere natürlichen Abwehrkräfte verstärkt und so herrlich schmeckt wie ein Joghurt. Gratis-Infotelefon 155 2070 LC1 von Nestle Hirz Eine weitere Neuheit kommt das mal von Emmi. Und die macht sie garantiert akti-fit. Ich bin der neue Spezialdrink für Ihres Wohlbefinden. Probieren Sie es einmal. Aktivit Plus von Emmi. Alles klar? Und jetzt noch ein Blick auf die Aktionen dieser Woche. Aus Sizilien eingetroffen sind die feinen Tarocco-Orangen. Zwei Kilo kosten nur 2,70. Ein Haras Vissalpina, das Gotmineralwasser aus den Bündner Bergen, kostet nur 3,90. Ein Kilo Gold, da die Routenschnitzel paniert, kommen Sie für nur 11,90 über. Ausserdem offerieren wir Ihnen diese Sottose mit Glasdeckel für Gas oder elektrisch für nur 25 Franken. Und auf dieses Angebot sollten Sie besonders achten. Jedes Kilo Emmetaller ist nämlich die ganze 5 Franken günstiger. Das muss man einfach zupacken. Und dann noch der Preisabschlag. Das Kilo Würfelzucker kostet ab sofort nur 1,70. Und immer noch für weniger als 10 Franken gut essen kann man im Coop-Restaurant. Für ein feines Steinpilz-Risotto zahlen Sie diese Woche dort nämlich nur 9,20. Ja, das wäre es auch schon wieder gewesen für heute. Ich danke Ihnen vielmals für das Interesse. Auf Wiedersehen!